Cellulite. Keiner will sie, keiner braucht sie und doch ist sie für die meisten Frauen eine lästige Veranlagung, die sich nur schwer bekämpfen lässt. Bis jetzt, denn die neue Falke Cellulite Control Strumpfhose unterstützt sie dabei ihre Hautplastizität zu verbessern und das Bindegewebe zu straffen, wodurch sich meist ganz nebenbei auch Körpergewicht und Oberschenkelumfang reduzieren. Mit dem innovativen Triple Action System kämpft sie dreifach gegen unerwünschte Dellen an und verleiht ohne großen Aufwand schöne schlanke Beine. Und so funktioniert das neu entwickelte System. Das 3D-Strickgewebe im Höschenteil bewirkt eine sanfte mechanische Stimulation der Haut und führt so zu einer Mikromassage der Cellulite-Zonen. Schräg eingestrickte Bänder massieren die Lymphpunkte in der Leiste und sorgen für höchsten Tragekomfort. Die in der Beinlänge eingearbeitete Stützklasse 2 regt die Blutzirkulation an, verbessert die Sauerstoffversorgung und führt zu mehr Leichtigkeit und Schwung. Und zu guter Letzt, der Shaping-Effekt verleiht ganz nebenbei eine perfekt geformte Silhouette, ohne dass sich das Strickgewebe unter enger Kleidung abzeichnet. Kleiner Tipp, für ein bestmögliches Ergebnis tragen Sie die Cellulite-Control-Strumpfhose 8 Stunden täglich über einen Zeitraum von 4 Wochen. Zur idealen Kombination mit Ihrem Outfit bietet Falke außerdem die Cellulite-Control-Panty an. Wir wünschen viel Freude beim Tragen und tolle Ergebnisse mit unserem Produkt.